Wie gut es aber auch ist, liebe Freunde, und wie gut es auch für Sie wäre, wenn Sie keine Menschen böse sind, der Ihnen Böses zu hören oder Böses zu sehen oder auch Böses zu fühlen töten. So Sie nicht nur Böse sind, aber auch niemanden. Ich weiß, Sie hassen sehr leicht. Sie beneiden auch Menschen. Aber Sie garten auch sehr leicht in einem Zahn und in einen Streifen. Wenn Sie, was soll ich das tun wollen, bitte, dann können Sie alle kommen. Setzen Sie alles dran, mich in einer Unruhe zu versetzen. Dann lache ich. Oh, es kommt mir so lächerlich vor. Dann sage ich ja, ihr wollt was. Dann, was ihr wollt, könnt ihr hier nicht anbringen. Das nehme ich gar nicht an. Aber wenn Sie glauben, das loswerden zu müssen, dann los noch mehr. Und Sie können mir die gemeinsten Worte sagen. Dann muss ich Ihnen das von dem sagen, wie ich schon gesagt habe. Die Menschen ist eilig, haben Sie, überhasten sich und bringen alles davon. Und ich bin sogar froh. Ich fühle mich sogar glücklich, wenn Sie Böses von sich geben. Und ich frage dann so in aller Ruhe. Na hoffentlich haben Sie jetzt alles Böse von sich geben. Sollten Sie noch was auf Lager haben. Also los, immer noch auf den Grünen. Aber das geht ja bei Ihnen vorbei. Ist aber gleich. Ich nehme es wirklich nicht auf. Ich nehme es nicht an. Und er gibt es nun von sich. Und so wird es von sich gegeben. Und er merkt ja, dass ich Ihnen nicht böse bin. Dann sagt er, regt sich das gar nicht auf. Und ich sage, jetzt wird er herrlich. Ich sage dann, ich habe Ihnen doch schon so viel gesagt. Und er sagt, ich habe zu wenig. Ich bin nur so, wie Ihr Freund und Ihr Lieber war, dass Sie das Böse jetzt von sich geben. Na, wie fühle ich mich denn jetzt? Ja. Jetzt fühle ich mir die etwas leichter, dass ich Ihnen die Wahrheit zeige. Ach so, Sie glauben, das wäre die Wahrheit. Nein, sage ich. Ja, Wahrheit ist es auch, denn Sie hatten das Böse in sich. Sie hatten es nötig, mal loszuwerden. Ich freue mich, liebe Freunde, wenn Sie, und wie Sie auch, doch wirklich unter Menschen, genauso sind wie auch ich, wenn Sie mal lange viel Böses in sich aufgenommen hatten und Sie haben immer zu Ihren Allernächsten, mit denen Sie gerade zusammen kamen, gesagt, ja, wenn ich mir den zu sagen kann, aber den sage ich dem Wahrheit, aber den mit Herrn ZBG, warten wir mal, was ich denen zu sagen kann. Das ist schon vorher. Und er steigert sich dann wieder. Und immer wieder. Meistens ist es so, wenn wir den gerade vor sich halten, ich kann es nicht anbringen. Jetzt muss der andere ihn erst reizen. Und ich kann es sehr gut reizen. Und Sie sagen, kommt doch, kommt doch so viel ZBG. Und da kommt der Mensch heraus. Aber das tut ihn immer. Denn bis jetzt ist es immer so geworden, wenn ich mit all diesen, die ein zu meinen Feinden zählen, und meine Freunde. Weil ich so gut bin. Und ich war so etwas, das merkt er gar nicht. Und er gibt dann das Böse von sich. Ich weiß aber warum, ich weiß wieso, und ich weiß, was heißt. Nun, bei Ihnen war das eine Labe nicht. Aber wie oft haben auch Sie mal den einen und den anderen die Wahrheit gesagt. Haben seine Wahrheit gesagt, das gesagt, was er in sich aufgenommen hat. Und es war so viel Böses. Es ist ja wahrer, dass er das Böse auch in sich hat. Und dass ich das mal so von Kopf geschleudert habe. Na? Wenn der andere jetzt erregt gewesen ist, ist das Zeichen dafür gegeben, dass er das Böse angenommen hat. Dann war der flach durch den Mund. Der konnte sich da nicht beherrschen und wirklich, dass er was abgekriegt hat. Dass er was abgekriegt hat, dass er was ewig gekriegt hat. Das kommt dann vor. Aber wie leicht haben Sie sich gefühlt, wenn Sie einem Menschen das mal gesagt haben. Oder wie oft haben Sie es von Ihrem Nächsten gehört, wenn er Ihnen wieartig es gesagt hat, dann hat er gesagt, jetzt ist es mir leichter. Oder wenn er Ihnen das berichtet hat, denen habe ich die Wahrheit gesagt. Aber wer hat es gekriegt, jetzt habe ich alles gesagt. Und jetzt ist es mir leicht. So, jetzt kann ich wieder decken, jetzt habe ich wieder meine Hunde. Ist Ihnen das alles noch nicht aufgefallen? Aber Sie können sich steigen. Das heißt, Sie können alle steigen, das Gute, auch das Böse. Wenn Sie hier etwas hören dürfen, es wäre hier ein Mensch, der Ihnen hier etwas erzählt hat, von den einen oder den anderen, ihrer Nächsten. So. Soll ich das glauben? Ist es wahr? Ja, wenn ich Ihnen sage, bitte, bitte, sagen Sie nur nicht, dass ich es gesagt habe. Wie oft hat man Ihnen das gesagt? Liebe Freunde, da ist viel faul, wenn einer sagt, nur nicht sagen, dass ich Ihnen etwas gesagt habe. Und der Nächste erzählst Sie auch. Der hat Sie nicht weiter erzählt. Sag Sie nur, sag Sie auch. Ja, nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Aber es ist einer, der mal so hochschleift, und dieses weiter verbreitet. Und Sie bekommen es zwei-, dreimal zu hören. Und Sie steigen sich jetzt selbst. Sie können jetzt nicht anders. Und Sie sind mehr acht am Bösen. Ja und? Sie warten. Oder nicht. Und das geht so gut, dass Sie nicht mal Ihren Bösen, wie Ihre Fähigkeit nachgehen können. Und wozu das ist? Und hier, wie Sie sind mal so hochschleift. Wie Sie haben vom Herb, wie Sie können Sie mich nicht mehr als die Schleifte, wie Sie nicht mehr als die Schleifte, wie Sie sind die Schleifte, Und Sie können Sie dann hier, Was ist eine große Sache, und Sie können sich nicht mehr als die Schleifte, wie Sie sind alles sehe, wobei Sie nicht mehr als die Schleifte, die Schleifte mitgeheimsgrößen, welche Sie sich vor Ihnen gerne er conspirieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020